Im Oldenburger Sanierungsgebiet Burgstraßenviertel rollen die Bagger. Bauunternehmer und Immobilienmakler Lambert Lockmann und Immobilienverwalterin Claudia Pigan planen Großes. Zwischen Burgstraße, Gaststraße und Theaterwall entstehen elf Wohnungen sowie ein 113 Quadratmeter großer Büro- oder Praxisbereich. Zudem wird eine Tiefgarage gebaut. Für das Sanierungsgebiet hat das niedersächsische Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration Geld zur Verfügung gestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017